Ich lerne Deutsch. Nummer 1011 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das ist mein Mittagessen für heute. Es schmeckt mir sehr gut. Das ist mein Mittagessen für heute. Es schmeckt mir sehr gut. Barbara scheint beim Lernen eingeschlafen zu sein. Soll ich sie wecken? Barbara scheint beim Lernen eingeschlafen zu sein. Soll ich sie wecken? Mir gefällt die Form der Brille. Gibt es den Rahmen auch in anderen Farben? Mir gefällt die Form der Brille. Gibt es den Rahmen auch in anderen Farben? Das sieht gut aus. Die Farbe gefällt mir auch. Was hältst du davon? Anna geht mit ihren Plänen zu Robert in den zweiten Stock. Anna geht mit ihren Plänen zu Robert in den zweiten Stock. Anna geht mit ihren Plänen zu Robert in den zweiten Stock. Ich bin froh, dass wir es gekauft haben. Es passt perfekt zu mir. Ich bin froh, dass wir es gekauft haben. Es passt perfekt zu mir. Ich möchte nach Korfu fliegen. Am liebsten würde Ramon nach Dänemark an die Nordsee fahren. Ich möchte nach Korfu fliegen. Am liebsten würde Ramon nach Dänemark an die Nordsee fahren. Der Vater lackiert die Fußnägel seiner Tochter. Auf seinem Rücken sitzt eine kleine Katze. Der Vater lackiert die Fußnägel seiner Tochter. Auf seinem Rücken sitzt eine kleine Katze. Einmal im Monat lädt unsere Oma uns zum Essen ein. Sie kocht immer etwas anderes. Wir müssen zuerst die Elektroinstallation in dieser Etage erweitern. Wir müssen zuerst die Elektroinstallation in dieser Etage erweitern. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Hochzeit findet draußen statt. Wir haben Glück mit dem Wetter. Die Hochzeit findet draußen statt. Wir haben Glück mit dem Wetter. Ich bin einsam. Außer meinem Teddybären mag mich niemand. Ich bin einsam. Außer meinem Teddybären mag mich niemand. Ich weiß nicht warum, aber der Druck in dieser Maschine ist gefallen. Ich weiß nicht warum, aber der Druck in dieser Maschine ist gefallen. Sandra hält eine Glaskugel in der linken Hand und blickt durch sie hindurch auf ein Tulpenfeld. Ich glaube, ich habe gerade etwas online bestellt. Ich glaube, ich habe gerade etwas online bestellt. Ich glaube, ich habe gerade etwas online bestellt. Geld durch eine Lupe zu betrachten hilft nicht weiter. Der Geldbetrag wird dadurch nicht größer. Geld durch eine Lupe zu betrachten hilft nicht weiter. Der Geldbetrag wird dadurch nicht größer. Nagellack kann Substanzen enthalten, die den Nagel schädigen und ihn bei häufigem Gebrauch brüchig machen. Nagellack kann Substanzen enthalten und ihn bei häufigem Gebrauch brüchig machen. Lass mich mal an den Blumen riechen. Sie duften wirklich gut. Lass mich mal an den Blumen riechen. Sie duften wirklich gut. Der Müll stinkt. Ich brauche eine Gasmaske. Der Müll stinkt. Ich brauche eine Gasmaske. Die Wand ist aus Beton. Ich brauche eine Schlagbohrmaschine. Die Wand ist aus Beton. Ich brauche eine Schlagbohrmaschine. Die Wand ist aus Beton. Ich brauche eine Schlagbohrmaschine. Ich habe deine rote Krawatte und deine Manschettenknöpfe auf den kleinen Tisch gelegt. Ich habe deine rote Krawatte und deine Manschettenknöpfe auf den kleinen Tisch gelegt. Ich mache mein Praktikum in dieser Firma und hole mir gleich meine Arbeitskleidung. Ich mache mein Praktikum in dieser Firma und hole mir gleich meine Arbeitskleidung. Ich gehe gerne in diese Schule, weil man hier mit Freude lernen und neue Kontakte knüpfen kann. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.